Mein Name ist Jana Klinge, ich spiele die Lena Landberg, die Frau von David Landberg. Und meine Rolle macht aus, dass sie sehr harmoniebedürftig ist. Sie hat eine große Sehnsucht nach Zusammenhalt. Es gibt aber Sehnsüchte, die sie selber noch entdeckt in diesem Urlaub und die ich auch gerade noch entdecke, weil wir gerade erst angefangen haben zu proben. Also ich lasse mich selber überraschen.